Ja, hier eine Bewerbung für die Sparkasse. Wie risikobereit stufen Sie sich ein? Ja, ich habe eine Sehschwäche von minus lieben Dioptrien. Ich rasiere mir quasi blind die Knöten in der Dusche. Ja, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Chantal, wenn wir nochmal Activity spielen und ich dir den Begriff Hamburg erkläre und dich frage, welche Stadt wie ein Burger heißt, sag bitte nicht nochmal Wuppertal. Das gibt es nicht. Unsere Freunde innen halten uns sonst noch für dumm. Bitte entschuldige, mein Liebster. Danke für deine Akzeptanz. Liebe für immer. Hör mal, Uwe, weißt du, wie voll das gerade im Plus war? Nur weil Montag Feiertag ist, ey. Hier rasten alle aus, die Leute. Ja, ja, Panikeinkäufe, kriege ich das Kotze nicht mehr. Aber den letzten Panikeinkauf, den hatte ich in der Kneipe, als der Wirt gesagt hat, letzte Runde, verstehst du? Chantal, ganz ehrlich, das tangiert mich peripher. Sören, manchmal bist du unangenehmer als ein lauwarmes Radler ohne Kohlenzimmer. Ja, das werde ich deinem gebärenden Elternteil erzählen, ja. Die digitale Kirchenkonferenz oben im Schlafzimmer, die kannst du heute vergessen, Fräulein, innen. Minus sieben Dioptrien. Sieben Dioptrien. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Nein, ich habe damit die Eier vergessen, verstehst du? Nein, Minus, ich möchte Minus sagen. Mir ist scheißegal. Da sehe ich die doch trotzdem nicht bei Minus sieben oder doch. Oder sehe ich die dann? Sehe ich die dann oder sehe ich die nicht? Minus sieben Dioptrien. Sehe ich meine Eier oder sehe ich die nicht? Keine Aachen. Ja, siehst du? Ich auch nicht. Du kannst es nicht. Ich mich nicht. Du kannst du kannst.